Ist auch nichts... Ein Loch... Oh, da ist... Jetzt komm ich wieder... Ah, hier ist ne Leiter... WTF? Was ist das? Strom... Einen Filter! Nein! Ich will das hier haben! Atommüll... So... Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl! Sonst erschisse ich dich! Ist es der Eiläubige? Oder Hippokrit? Wir zum Teufel! Oh! Oh! Wow! Hä? Was? Hab ich das Wehen erschossen? Nein! Mit ihm sein Kumpel! Solche Bastarde! Äh... Dachchen! Du musst deine Waffe runternehmen, junger Mann! Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn! Mein Name ist Kahn! Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen! Die anderen Banditen werden bald auftauchen! Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden! Ich gehe zurück zu Verfluchten! Hier bekomme ich Rheuma! Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben! Was wollen wir die nehmen? Ist die besser? Kann auf jeden Fall relativ schnell nachladen! Oh! Noch irgendwas? Flaschen? Ein Teddybär! Oh! Da hat jemand... Geld, Munition versteckt! Da ist anscheinend keine Munition drin! Dann gehen wir doch einfach mal weiter! Eine kluge Entscheidung! Okay! Geister! Geister! Kahn zu erscheinen, überraschte mich! Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half! Kahn versicherte mir, dass Börbens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei! Trotzdem bedauerte ich seinen Tod! Ja, den bedauern wir! Ach, leider! Armer Bourbon! Hm! Wir müssen wieder durch! Scheint mir nicht gesund! Weil alles so grün ist! Hier geht nie jemand lang! Weder Leute, noch Viecher! Selbst die Ratten bleiben fern! Sie wissen, dass wir hier sind! Aha, und es sind die Rohre und Lausche! Bleib nur nicht zu lange! Nicht lustig! Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels! Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss! Du machst mir Angst, Kumpel! Ich kenne diesen Tunnel! Und er kennt mich! Gehen wir! Sei hier vorsichtig! Es ist ein gefährlicher Tunnel! Bitte lass dein Licht an, mein Freund! Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier! Okay! Für immer will ich aber nicht hier bleiben! Ähm! Was soll das? Immer nach vorne schauen! Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann! Okay! Also... Ach komm, das ist echt fies! Wir müssen daran vorbeigehen! Nicht die Silhouetten berühren! Konzentrieren! Hm... Äh! Gehen wir! Ach komm... Das war gar nicht mehr lustig! Die... Schmühlpilz, ne? Oh! Mama? Wo bist du? Nein! Mamaaa! Hm... Hm... Gar nicht gut! Glück scheint heute die Sonne! Ich sollte mal mehr abends aufnehmen! Wenn's dunkel ist! Oder? Leute! Schreibt mal in die Kommentare! Soll ich eher spielen wenn's dunkel ist? Oder... Also... Dann abends? Oder soll ich... Ich spiel wenn's Tag ist? Also muss das eigentlich egal... Ähm... Der Tunnel! Durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder! Und jene die das Unglück haben hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an! Oh! Sorgen dass uns das Licht nicht zwischendurch ausgeht! Gehen wir! Gut! Was immer du sagst! Ich folge dir einfach mal auf Schritt und Tritt! Ohohohoh! Nein! Hm... Das ist überhaupt noch ein Zugfahr... Äh... Nach vorne schauen! Stimmt! 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 Silhouetten! Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht! Die Verteidiger sind noch da! Folge mir! Aber bleib hinter mir! Okay! Was hast du da eigentlich für so eine komische Tasche? Castonellapio Asterium Manto! Castonellapio Asterium Manto! Castonellapio Asterium Manto! Alom rom om! Alom rom om! Castonellapio Asterium Manto! Castonellapio Asterium! Alom rom om! Alom rom! Okay! Was war das für ein Wuhu Zauberges... ...Brech? Das sollte besser ein Geheimnis bleiben! Das ist persönlich mein Freund! Okay! Ich war dabei als ich starb! Nur ich habe überlebt! Okay und wie es mit der spannenden Geschichte weitergeht... ...seht ihr den nächsten Part... ...den wir haben jetzt schon 18 Minuten erreicht... ...und ich denke mal das reicht erstmal wieder für den Part... ...aber ich nehme jetzt noch eine auf... ...und dann höre ich wieder auf... ...woll soll ja mal relativ aktuell bleiben... ...also... ...sehen wir uns in der nächsten Folge... ...auf Wiedersehen!